Wenn ich klein unterwegs bin, fährt er sich auf jeden Fall anders. Also, wenn es besser ist? Mir ist echt nicht. Kann ich nicht einschätzen. Springt halt nicht so toll, habe ich das Gefühl. Aber fährst du doch ganz gut, Aniky. Naja, ich versuche jetzt wieder viel zu tricksen. Fliegen und so weiter. Aber wenn die Gänge halt auch so viel springen und fliegen, ist halt immer... ...weniger praktisch toll. Das dauert bei dem total lange, das heißt, wir kriegen den... Ne, Gott sei Dank. Lol, und weg ist er. Ich merke schon, das läuft bei euch schon wieder hier. Ja. Ne. Nein. Wie knapp. Ich bin dazwischen gefahren, ey. Ich habe echt alles versucht. Ja. Jetzt boxt doch das Ding endlich weg, Himmel, Herrgott. Oh. Oh, Himmelarschenswürm. Echt, ey. Schau dir mal an, ey, wie die da rumjagen nach dem Ball. Ne, ne, nicht zu uns. Zu uns nicht. Oder auch doch. Ne. Doch. Ja, immer noch. Oh, komm schon. Au. Oh, ja, der kommt geil. Nein. Wie zum Geier, Alter. Das war ja richtig hart. Achtung, Ball Inc. Na ja, gut. Jawohl, doch Gott sei Dank, er hat ihn gekriegt. Ja, hab ich. Da, guck's dir an, das ist so geil. Und. Ja. Buh. Ah, sehr schön. So, ich bin hinten. Sehr gut. Er auch. Oh, vollidiot, Mann. Der Ball steht da nur rum, keiner berührt ihn, Alter. Ich weiß. Der ist so dumm, ey. Der sind gerade zwei im Tor bei denen. Das ist ja bei der Nu wieder. Oh, nein. Oh, oh, oh. Gibt's doch nicht. Der Schreiber schön. So, Arschgeleckt jetzt. Aber richtig schön, die komplette Kimme einmal durch mit der Zunge. Achtung, Ball incoming. Nein. Nein, ich spring vorbei. Oh, wie geil, Alter. Yeah, ich war genau an der richtigen Stelle. Oh, ja, der auch. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, der kommt wieder. Das ist nicht zu fassen. Wo ist denn? Wo zum Geier? Reicht's aber langsam. Oh, Arschlecken hier. Oh, Alter, ist das eigene Ramme hier. Und der Ball kommt nicht. Scheißsteuerung. Ich muss runter. Nein. Ich möchte nicht dein Nachbar sein. Oh, wieder drunter durch. Ich kann nicht mehr. Nein, 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 nein. Oh, das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Alter, brettert mir frontal rein. Ich mache einen 3-6. Wir fahren in dieselbe Richtung weiter. Warum schon spielt die doch endlich mal weg jetzt hier. Oh, ich bin pulverisiert. Pulsa hat mich pulverisiert. Ich häng mit den Füßen. Die standen gerade Schnauz an Schnauz und keiner konnte sich bewegen. Ich rück volles Gas, ey. Das ging nicht vorwärts. Ich habe keinen Saft, Mann. Das ist doch zum Kotzen, Alter. Hätte ich jetzt Saft gehabt, wäre ich geflogen. Und hätte das Ding reingemacht. Oh, nein. Oh, nein, oh. Nächster. Das wird ja auch Zeit. Rüber mit dem Scheißding. Ah, wieder keinen Saft. Das ist doch zum Kotzen, Alter. Mit Hobos ist viel zu schnell alle, was? Ja. Alter. Mann, ich hasse sowas. Verpiss dich mal, du hässlich Stuttel. Die gehen jetzt auf Crashkurs. Ja, richtig. Hier schön durch einmal das Tor gebrettert. Jetzt wird Potzer, wenn ich den nochmal sehe. Komm los her hier. Nein, wo schießt der denn hin, Mann? Was ist denn mit ihm los? Egal, Nachspielzeit. Ja, mir nicht egal. Wenn das Ding schön vor mir liegt, dann will ich nicht, dass der den von mir wegbremmelt, nach hinten zu uns. Ja, ja, wieder kein Saft. Ja, guck mal. Kein Saft, alle. Immer das Gleiche mit dem Saft. Egal, noch ist nicht vorbei. Gott sei Dank, ey. Mehr fällt mir da so von den Worten. Nö, ich... Oh. Nein, nicht hoch. Wieso denn? Was denn? Was denn? Ha, fick dich, Arschloch. Das ist doch Pulsa, ja? Der geht mir so auf die Eier gerade. Das Ding geht wieder in unsere Richtung. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, scheiß Keeper. Wo ich sagen muss, ich bin froh, dass wir einen Keeper haben. Ja. Weil das war gerade richtig übel. Wenn ich nicht da gewesen, werde einfach reingekullert. Ganz entspannt. Dieser Pulsa, Alter! Naja, gut. Wie zum Hölle, wie zum Höllefunkern? Wie funktioniert denn dieser behinderte Chat? Ja, der hat's richtig gemacht. Der hat dich ausgeschaltet und der andere hat das Tor gemacht. Ich hab halt gedacht, du kriegst den und dann war aus. Hat er genau richtig gemacht, der Typ.